Hallo zusammen, ich bin Maxim. Und ich bin Ricardo. Wir sind zwei Polymechaniker aus der Schweizer Zuckerfabrik und zeigen euch heute unseren Berufsalltag. Kommt doch mit! Die Lehre hier in der Zuckerfabrik als Polymechaniker gefällt mir sehr gut. Es ist nämlich sehr vielseitig. Ich fertige nicht nur Teile, sondern muss immer auch wieder grössere Maschinen pflegen und reparieren. Auf Produktionszeit muss immer wieder alles gut funktionieren. Wenn du die Lehre als Polymechaniker machen möchtest, solltest du sicher Freude an den Maschinen haben und keine Angst haben, um dreckig zu werden. In einer Produktion brachte man ein Zwischenteil von einem Wasserrohr. Mit diesem waschen wir Zuckerrüben. Und das bringe ich wieder auf Vordermann. Zur Sicherheit mache ich einen Wassertest, um zu überprüfen, dass kein Wasser mehr durchkommt. So wie es jetzt ist, muss ich nichts austauschen und kann es jetzt wieder zurückbringen. Jetzt hast du einen kleinen Einblick im Berufsalltag vom Polymechaniker fachrechtliche Instandhaltung in der Zuckerfabrik gehabt. Falls wir dich neugierig gemacht haben, bewirb dich doch heute! und wir uns noch weiterzugehen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind ein paar Sachen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.